Ja, es ist nicht Nürnberg, wie du schon sagst, Karin, da hat es nur leicht geschneit. Auch hier im Nürnberger Süden bei der Kita Schaukel e.V. Es ist gerade mal so weiß bedeckt, der Boden. Spitzenreiter in Franken war wie so oft Oberfranken. Vom Frankenwald bis ins Fichtelgebirge, von Kulmbach bis nach Hof gab es heute. Acht Zentimeter Neuschnee und das nur am Tag. Grundsätzlich war es dann auch das Ganze für diese Woche mit dem Schnee. Es puderzuckert nur noch ab und zu. Der Morgen weht, der ist zwar nur schwach bis mäßig, aber er ist sehr, sehr kalt. Schließlich kommt er aus Nordosten. Und damit sind wir bereits wieder bei unserem Frankenschau aktuell Wettertrend. Anschluss gibt es natürlich noch ein paar Fotos unserer Frankenfotografen. Noch einmal der Hinweis, ab 18 Uhr stehen unsere Experten in Sachen Kitas für Sie bereit. Die Experten vom Jugendamt und vom Bündnis für Familie, www.frankenschau.de. Da können Sie in den Live-Chat gehen. Ansonsten geht es weiter im Programm mit der Abendschau. Ich wünsche viel Spaß bei allem und natürlich einen schönen Abend. Ich wünsche viel Spaß bei dir. Ich wünsche viel Spaß bei dir.